halli hallöchen freunde und herzlich willkommen zurück auf unserem channel zu einem neuen sky video was wir heute machen ich werde sicher die kisten anschreiben und was mein freund hier macht weiß ich auch nicht und ich werde noch runter springen so viel hat super wir gehen mal schauen ob unsere unsere bäume schon gewachsen sind ich habe mir auch überlegt dass wir hier rausbauen dass wir eine größere baumplattage machen wir brauchen mehr holz von das ja sag du das letzte video weiter ein bisschen kürzer aber ist ja auch mal zwischendurch gut wenn wir immer lange videos haben wollte ich nur sagen und freunde also mich findet ihr auch auf ganz viele spielen also ich habe auf roblox findet ihr mich unter anderem brawl stars ihr findet mich auf ford ihr findet mich auf fuß auf survival ihr findet mich in ganz vielen spielen und im fall sie irgendwo mich dann wirklich auch mal finden würde tut mir ganz fest leid aber ich konnte nicht überall panda gamer heißen deshalb habe ich irgendwo noch eine 7 hinten dran gehängt und so weiter und so fort wollte ich auch sagen glückwunsch und spaß heute mann hier wenn ihr unseren insta channel abgecheckt habt 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 ihr gesehen dass dort ein gewisser name steht ja das ist weil es von diesem account der account gemacht wurde wenn ihr versteht was ich meine weißt du was ich habe eine road party chest cool du weißt was das heißt das jetzt dann gleich wieder mal was kommt ja ich bin schon bei dir ja was bekomme ich manchmal geht es eine weile manchmal bekommst du aber auch gar nichts ich habe einmal gar nichts bekommen kann sein dass ich ein diamant bekommen habe oder hatte ich ihm vorher schon eine ahnung ich glaube ich habe nichts bekommen ich glaube ich habe nichts bekommen das ist ja voll mobbing ich habe einfach 37 setzlinge habe ich eine kiste für sparen habe ich eine kiste für sparen habe ich eine kiste für sparen ok das geht es ein bisschen zu weit stumm geschalten wetten wird erst bei mich jetzt weiß jetzt wird es gleich wieder nach jetzt wird es gleich wieder nacht ich habe mich das geht immer so schnell ich bin ich noch nicht 3 4 4 Sonst gehen wir über Nacht ins Mana Büro, weil dort ist hell Ja, hier ist ja auch hell Jo, war auch schon heller, ne? Ja, klar, aber geht jetzt Freunde, schraubt auch, schraubt, schreibt auch Vorschläge für Projekt Ja, Freunde, schrauben bitte nicht vergessen, genau Schreibt auch irgendwelche Projektideen, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn nicht, das nicht Ne, komm mal schauen Das macht einfach keinen Sinn Na, bin nicht blöd, dass das so Das machen wir mal hier I only need Mana, ja denkst du, ich nicht Hatschi Hatschi, Ben Hatschi, Ben Hatschi Kennt ihr den Ben Hatschi aus Fünf-Freunde? Ist er nicht von den wilden Kerlen? Nö Den Hatschi, Ben Hatschi Ah doch, der, doch, der ist aus wilde Kerle, meine ich Mein ich doch Mann, ey Freunde, wenn ihr auch Ich hab halt jetzt auch all mein Zeug in die Chests getan Oh, das ist halt das OP-Schwert Kannst mein Zeug auch nehmen Geht ja alles allen Ich hab jetzt auch die Zahlen, könnte ich hier mal Äh, nee, du bleibst noch hier, du bleibst mir Ja, du bist offiziell Ja, du kommst mit, 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 du kommst mit Ja, Freunde, das war's Baumplantage erweitert, Lager benennt Mehr haben wir eigentlich nicht gemacht Und Das, was wir so ziemlich immer machen Gesprung Genau Ciao Mit V